Monolog's Trade Group. Ob damit jetzt eine Assoziation verbunden werden sollte mit Luxemburg, Handelsplatz, berühmter oder was auch immer. Aber es ist ein reines Fantasieprodukt. Nichts ist dahinter. Alles ist Lüge. Haben Sie Geld investiert? Wollen Sie wissen, welche Chance Sie haben, Ihr Geld zurückzubekommen? Dann schauen Sie sich diesen Film bis zum Schluss an. Da gibt es dann die Hinweise, welche konkreten Schritte Sie machen müssen, damit Sie diesem Ziel näher kommen. Hallo, ich bin Angeanwalt Jochen Resch. Thema Monolog's Trade Group. Alles ist Lug und Trug bei der Monolog's Trade Group. Sitzen in Granadinen, St. Vincent und Granadinen. Dort sind Tausende und Abertausende Unternehmen dieser Art registriert. Und das ist von daher schon klar, nichts ist echt. Wir haben dort auf dem Bildschirm ein Börsentheater, ein Schmierenkomödie gesehen, in einer Schmierenkomödie. Kein Cent von Ihrem Geld wurde investiert. Alles ist Brug und Trug. Was können Sie tun? Manche gehen zur Polizei. Hilft das? Nicht wirklich. Eine Starmanzeige dient der Beschaffung der Täter. Aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Eigentlich wissen Sie das doch. Wir gehen den Weg nach dem Geld. Wir verfolgen die Sprung des Geldes. Wir sind nicht die Polizei. Wir verfolgen die Sprung des Geldes. Und wir sind damit recht erfolgreich. Wollen Sie wissen, wie das geht? Dann rufen Sie mich gerne an unter 0308859770 oder führen Sie den Fragebogen aus, den Sie auf unserer Website befinden. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung, ob wir den Fall überhaupt übernehmen können. Es muss hinreichende Erfolgsversichtungen geben. Wenn wir diese hinreichenden Erfolgsversichtungen in Ihrem konkreten Falle sehen, sagen wir Ihnen, was wir konkret machen können. Und was es kosten würde. Mit dieser kostenlosen Einschätzung haben Sie dann eine Grundlage von Fakten. Auf dieser Grundlage der Fakten können Sie eine eigene Entscheidung treffen, warum es für Sie sinnvoll ist, sich unserem Sammelverfahren anzuschließen.